ein hallo und herzlich willkommen zu minecraft adventure map sagen wir mal einfach nur Diablo fällt im Moment leider aus aus ja erzähl doch mal was Diablo so schönes gemacht hat mit Admarcold. Blizzard hat mir eine e-mail geschrieben dass meine CD key angeblich illegal beschafft worden sein soll dies kann aber wiederum nicht sein da ist ja spiel egal bei Adelco erworben habe ja die e-mail und so alles schon nach Blizzard gegangen oder Battle.net je nachdem wie er nennen wollt und so lange zocken wir jetzt hier die adventure map ist bis man da kommt ja freigeschaltet ist ja wir zocken hier die map dann schon wer die noch nicht kennt wird sie jetzt kennenlernen denke ich mir mal ist eine sehr 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 schöne map muss ich sagen ja vom Dominik empfohlen sogar ja ich habe sie mal angezockt aber ich glaube ich war bloß bis drei oder so und dann war Schluss hat sich da das hört sich doch nicht so schwer ich bin doch Anfänger na ich habe ein bisschen Jump Erfahrung aber ja jumpen kann ich auch ja aber richtig jumpen nicht Leute oh scheiße schon direkt ins Feuer also ich habe ein bisschen Jump Erfahrung und so und fäll bei nem Zweiersprung sehr geil so Konzentration ich mach's dir nach ne so mach nicht rumluben hier so äh wo war die Kiste wo war die Kiste da war die Kiste neu ich brauche ja keine Apple mehr das bringt nichts die wir oh ich verbrenne bloß alle geht da raus geht da raus ich habe mir jetzt nur sicherheitssilber 4 mitgenommen au 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 ich brenne ich brenne tot und nochmal komm Rank 9 jawoll ich habe den gesprung geschafft ich bin übern Zweier drüber ja nice wir brauchen sie nie mehr weil die k burger k pool klatschen na klar pvp ist ja aus und das sollte ja jetzt war ja ja ich glaube tilian erstmal die stoppen ne stainless dubste ich абному und nicht nur mit voll reingesprungen ja es ging grad genauso jetzt nehme ich aber echt keine Näpfel mit ey die Idee ist macht ihrem Namen alle Ehre du kannst echt in einem Mal durchrennen wenn du gut bist oder auch nicht Gebet nicht ich bin zum sterben verurteilt ob ich mal Noobcam mache? du Sau spring na so war ich hinten gehen wir uns wieder aus die mache ich erstmal ab die nerven hier gerade so ein bisschen beim springen Sachen nix das war richtig nice so jetzt kann ich glaube ich wieder so jetzt aber komm hier rüber da rüber da rüber hoch oh so Aua gründlich dort für mich wesentlich einfacher da muss unbedingt mal T3C spielen, dann lernt sie das wie das geht in vielen vielen Spielstunden oh ja so, da kann man mit dir ein 3er Sprung aber geschafft und wenn du Schifte an Leitern drückst, bleibst du dran hängen da kann es nicht mehr herunfallen irgendwie nehme ich gerade keinen Schaden ich schwimme hier in der Lava Dominik irgendwie irgendwas stimmt hier gerade nicht äh, warte mal oh oh oh, hier sind Ranken oh danke sprich dir doch nicht hinterher ja, ich fliege jetzt aber zu dir hin, weil so, oder ich kann hier auch TP'n von mir aus ja genau, TP mich mal rüber TP'n von mir aus 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 blieben so, jetzt fliege ich aber noch in Tinn, ey, da gebe es doch nicht, das muss doch zu schaffen sein das ist noch basic, ja ich weiß das ist so die Herausforderung ach, das wird, das wird ein Spaß, ey ja meint, du schaffen wir einen Master? nie im Leben nicht mit den Skills bis jetzt gerade Master of Puppets das haben wir auch das, äh, wo waren wir? genau, äh, warte ich starte mal lieber von hier so Slash Game Mode Brakes in 0 so da musst du ja schon fast auf einen Spruch einen Rutsch durchmachen, ne? kannst du, musst du nicht unbedingt jetzt aber jawoll ok könnte man eigentlich theoretisch auch in oben ins Loch reinspringen? äh, ne, ich denk wissen ja, ob das theoretisch geht, aber ich glaube, das soll so nicht sein schätze ich mal so das ist doch alles relativ, es sind bloß 2er und 3er Sprünge das ist doch nicht so das Problem gibt es auch 4er Sprünge oder wie? 5er gibt es glaube ich sogar ja, da musst du aber erst wirklich im letzten Moment abspringen ok das macht mir jetzt auch ein bisschen Angst das ist nicht so leicht oh, ok, das ist sowas da ist das Loch wo du rein wolltest ja, ich hab's auch äh, der Sprung ist ja einfach ah, siehste hey press the button haben wir, und jetzt? ich glaube, wir müssen sterben oh äh, ok so, und easy ist auch nicht auf lol äh jetzt ist es auf ah, da müssen wir auf den Knopf drücken alles klar hui hui leitern leitern jede Menge leitern oh, jetzt müsste pvp an sein oh ja ja ich feste die gerade so richtig schön von hinten rinnen ne ja, aber klar äh ok, ok, ok ah, das wird schon ein bisschen größer hier huah fang mal an huah ah zack 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 bleu, jetzt brenne ich alter warum brenne ich? keine Ahnung und tschüss ey, ich habe einen Rutsch hier durchgeschafft, Kollege ja, ich bin hier rübersprungen, habe ich vielmehr angefangen zu brennen also, ich bin schon oben jo ich komme auch ach, die Leitern weil jetzt will ich echt wissen, wie zur Hölle kann ich da anfangen zu brennen? dass nirgendwo labern dann ne doch, da links wenn ich mal gleich umdrehe, dann siehst du da links da noch so laber ich geh mal ein bisschen so beiseite lol ah, ihr sollt bestimmt rüber rennen und den ja halt dann geh mal vor, du Held äh, scheiße NEIN toll ja, hoch ging ja, okay flash game kannst du schnell tpn oh, warte, ich tp dich ja, oder so sollst du mich mal hier? ja, warte, bis die Schaltern aus sind oh, ich hab mich noch an den jahren gerettet ja, geile Scheiße haha so NOL 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 ah, Mist ich sollte auch springen, äh, rennen dabei nice und dann teleportier mich mal jo ping geh mal geh mal warte wow jetzt spring mal hier rüber, so dann haste Platz gas hey hey und eben noch, so konzentration und los drama baby drama nein nein bis sie nicht fliegen ja, jetzt muss ich fliegen ja, jetzt muss ich fliegen smash game mode break sin ach, ja ach, man schau ich aus lol what the fuck wat denn ah, nix, nix, nix musst du erstmal noch nicht wissen bist du gestorben, oder wat? ah, da hinten kommt noch was nistiges wo ich wies gar nicht wie man da sterben soll ups ich geh dem aus dem Fick nol äh, kann man eigentlich auch mach mal den game mode aus ne, warte, ich versuch mal grad wat wird das nicht theoretisch geklappen kannst du auch springen, ja aber ja, kannst du eigentlich den game mode anlassen ach so sterben wir nicht meinste genau wir wollen ja den zuschauern die map zeigen und nicht hier 50.000 mal sterben glaub ich, ne haha obwohl Fates eigentlich Unterhaltung sind, geh du mal vorher ja, gut, dann mach mal den game mode wie auf äh, null jo gehört zur Unterhaltung hier ja äh das kann ich ja gar nicht ausrasten nein, ist ängstlich, du kannst nicht sterben ich merke grad schon ich weiß auch nicht warum das hier, keine Ahnung lag ein bisschen hopp, 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 hopp alles so so tü 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 lol nein, nein uahaha das war eng hallo du ja uahaha, ich hab's geschafft hoho ja warte, ich guck gleich schnell nochmal so da kannst du jetzt aber durchfliegen pfff jo, ich versuch's nochmal so da wollen wir nicht so sein achja laut ist nicht so anspruchsvoll, find ich doch ist das alles machbar, das ist alles noch legitim hier so 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 so